Und wessen Planet? Unser Loni! Sehr, sehr gut. Das funktioniert super. Alles klar. Dann würde ich sagen, können wir schon langsam mit der Laufdemo loslegen. Genau, ihr habt euch auch schon Demoschilder von uns genommen. Das ist sehr cool. Wir hatten nämlich noch einige übrig. Wir werden dann hier gleich über den Platz gehen. Dann nach links runter durch die Bergstraße, links auf die Königsstraße und dann bis zur Pfarr. Da gehen wir dann lang bis zur Lorenzstraße und dann nach oben bis zum Kugelbrunnen. Genau. Wir haben vorhin mit der Polizei ausgemacht, dass wir möglichst auf der rechten Straßenseite laufen, um nicht den kompletten Verkehr aufzuhalten. Aber ich denke, das kriegen wir gut hin. Genau. Die OrdnerInnen verteilen sich bitte selbstständig einigermaßen gleichmäßig auf die Demonstration. Und genau. Ansonsten sind wir bitte ganz laut. Ja, und ich freue mich sehr drauf. Dankeschön.